Hallo? Hören Sie mich? Gehen Sie doch mal langsam in den vierten Stock. Langsam. Gucken Sie sich alles genau an. Nehmen Sie sich Zeit. Ich will Ihnen etwas zeigen. In den Gängen streift man aneinander. In der Halle grüßt man sich. Vielleicht kommt es vor, dass ein Tanz in der Bar zwei Körper nähert. Vielleicht schleicht nachts jemand aus seinem Zimmer in ein anderes. Aber das ist alles. Dahinter liegt auch eine abgrundtiefe Einsamkeit. Kein Mensch kümmert sich um den anderen Menschen im großen Hotel. Jeder ist doch mit sich alleine diesem großen Kaff. Ja, jeder Mensch in seinen Wänden hat sein Geheimnis. Auch die Dame mit dem nichtssagenden Gesicht auf Nummer 302, die immer trillert. Ja, sogar der Herr von Zimmer 303, der so frenitisch gurgelt. Hallo? Hören Sie mich? 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 Vielen Dank.